Sind Sie öfter hier? Nein? Wie an YouTube für Sonntag. Ich habe einen Kask gefunden. Ich sehe nicht so sexy aus wie du. Ich sehe immer sexy aus, Baby. Was müssen Sie machen? Wir müssen Calcedonia-Legins kaufen. Es kommt Herbst. Man ist auf der Straße. Okay, let's go. Isabel, was machst du da? So dreht man sich? Ja. Sie wollte nur meinen Arsch anfassen, aber es ist okay. Nein, es ist auch dreckig. Ich habe sauber gemacht. Ich kann zum Glück tanzen, damit ich coole Schuhe finde. Was holen wir da jetzt? Schuhe. Bling-bling. Sucht euch ein Outfit für mich, ich ziehe das an. Okay, ich suche dir ein Outfit auf, okay? Aber Kamera aus, dann machen wir wieder an, wann der Outfit fertig ist. Okay, geil. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Oh mein Gott. Ohlala. Oh mein Gott. Eine Prinzessin. Ohlala, renn weg, der Prinz kommt. Ohlala, ich kann dich alleine haben. Ja. 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 Die Skydi-jacke. Oh Baby. Nummer 2. Das ist eine Schade. 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 Das ist eine Schade, bitte. Gib ihm. Ja. Oh, ja. Oh, guffi. Lange gehen wir tanzen. Lange gehen wir tanzen. Mann, ich will schon heiß zum Zuschauen. Alles klar. Überraschung. Aber ich schwöre, ich mag dich. Ja, super. Die sind voll süß. Ich bin froh so. Das ist am besten. Lachen. Joggenhose. Geil. Wir haben die Lachen auseinandergenommen, nichts gekauft. Oder holt ihr was? Ich wollte Mutten-Schuhe kaufen, aber die gibt es in meiner Größe nicht. Isabel wollte mein Geld nicht annehmen. Sie hat mir einfach Schuhe gekauft. Ja. Aber du musst mir einen Cent zurückgeben, damit du nicht wegrennst. Wollen wir nicht. Das ist ein gutes Zeichen. Zwei Paar Schuhe habe ich gerade einen Cent gekostet. Danke, Isabel. Sugar, Mami. Geil. 1 Cent. 2 Cent. 2 Cent. Boomerang! Ohne Boomerang! Ohne Boomerang! Ohne Boomerang! Exo, da nie wieder Sex. Graefrode geht nicht Exo. Das war richtig lustig. Bis später! Tschüss! Du musst da lagen. Klamotten werden aussortiert. Das sind so viele Klamotten. Meine Freundin hat angerufen, sie arbeitet in einem Heim. Und ich habe sie gefragt, ob ich die Sachen dann vorbeibringe. Sie hat ihre Chefin angerufen und meinte, ja kein Problem. Einkaufen. Es war ehrlich gesagt gar keinen Bock zu tragen. Geil. Morgen! Ich schwöre, ich war zwei Wochen nicht beim Friseur. Wallah, mein Friseur, also der Typ ist so schlimm. Der arbeitet jedes Mal in einem anderen Salon. Das ist das schönste, schönste Laden, wo du warst. Ich fühle mich einfach fünf Kilo leichter. Weniger Haare, weniger Augenbrauen, weniger Bart. So, jetzt geht's zum Kickboxen. Ich werde versuchen meine GoPro zu nähern, um euch viel mehr zu zeigen. Das erste, was ich jetzt machen muss, ist nochmal diese Dinger. Mal gucken. Tippets Dirn. Ja, ich verstehe dir. Ich うlaß dich und HIS Sachen, da machen wir unterwegs. Ich danke. Die Gericht Zerk, Mari rings. Nein! Ichci diffusajter Bebelles. Ich danke. igence 1975 bis mich jetzt. Wir ho야 das Parlament, 5 Kilo공at um mich, und die Thai field nur mit einemifi man sieht wie ein Yuster, Guck mal wo mich Salem gebracht hat, in einen richtig kleinen Laden, aber das schmeckt wohl geil, wir probieren das mal. Mal gucken ob sie recht hat. Ich wusste nicht, dass sie so süchtig ist, dass man seinen Chai sogar mitnehmen muss. Cheers! Es ist noch nicht fertig. Ich war gerade bei der Botschaft von Saudi-Arabien, aber ich hoffte nicht rein. Sie haben mir bei der Tankstelle nachts einfach... und ich muss da anrufen. Hallo. Hallo, soll ich auf Deutsch oder auf Arabisch sprechen? Ich rufe eigentlich nur an, weil ich würde gerne nach Saudi-Arabien gehen und ich habe einen deutschen Pass. Was brauche ich denn genau, um einfach dort zu verreisen? Also ich brauche nur... Visum. Visum, also... Okay, check me, check me deine Fotobass und mach ein Visum, 250 Euro. Wie lange kann ich dort bleiben? 90 Tage und mach die Reisen. Ein Jahr oder so. Einen schönen guten Morgen, beziehungsweise guten Tag. Meine Freunde ziehen um und sie brauchen Hilfe. Da sind dann die zwei. Wow, einfach zwei Stühle für euch. Habibi, Habibi. Drei, wir haben sogar einen für dich mitgebracht. Wow. Einen für dich mitgebracht sogar? Oh, geil. Wie geht's gut? Oh, du riechst voll lecker. Ich bin lecker, du riechst richtig lecker. Was heute für ein Drift? Wir machen einen kleinen Drift-Shake. Frisch gewaschen. Ja, also fang von oben an. Ich habe gerade versucht, meine Sachen zu sortieren und dann habe ich einfach diese dünne Kette gefunden. Eigentlich wollte ich die wegschmeißen, nein. Okay. Dann habe ich einfach... Sieht doch gut aus. Und die Brille? Die Brille ist immer noch von Versace, ein Geschenk. Seit sieben Jahren von MCN. Maschallah. Gute Qualität. Wer ist der Oberteil? Der Oberteil ist von Valentina Victoria. Die Schuhe sind von Nike. Wenn ich einen Schuh wäre, ich würde auf jeden Fall Nike Air Force in den Wald sein. Welchen Schuh wärst du? Okay, ich wäre GZ 500.000. Kannst du so ganz neun von GZ? Und deine 180 Grad Drehung. Wow! Hast du wer getan? Nein. Hast du Pipi? Ja, Pipi. Jetzt lachen du? Ja, Pipi. Super motiviert. Wow, sieht man. Jetzt sind eine überteilte Wohnung. Aber wir wohnen jetzt in der Mitte. Geholt, ne? Weil wir bei IKEA kurz waren und ein paar Sachen geholt haben. Wo sind die Sachen überhaupt? Wir stehen da. Hallo, Rania. Ich expose eure Wohnung. Herzlich willkommen. Wir haben es geschafft, eine Wohnung in unserer Stadt zu finden, wo ich geboren bin. Meine Mutter hat mich ausgepresst in dieser Stadt. Alle kommen hierher, aber jetzt haben wir eine Wohnung. Hi. Glückwunsch. Ich will nur wissen, wo euer Wohnzimmer ist. Wie cool. Ja, das ist ein kleines Zimmer. Und das wird dann das Wurzimmer sein. Was machst du da, Goofy? Na ja, Frau und Tino, ne? Wir müssen noch mal ein bisschen alles weich streichen. Wie cool. Wie cool. Egal. Guck mal das Weiß an. Wenn du kleckerst, sieht man eh nicht. Also alles gut. Ha! Klecker! Hier! Ey, Goofy. Hä? Was machst du da? Bro. Guck mal, die Wand ist jetzt weiß. Wir sind fertig. Wir haben ja da ein paar Flecken, aber die verstecken wir jetzt bis hin. Das Video ist jetzt zu Ende. Also die Wand auch, würde ich mal sagen. Like das Video. Kommentiert das Video und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Video. Sonntag 14.11. Tschüss. Hallebi. 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 Hallebi.